Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Dungeons 3, wo wir in der letzten Folge ein bisschen die Räumlichkeiten geschaffen haben, um unser weiteres Vorgehen ein bisschen zu strukturieren. Problem ist, wir müssen jetzt dringend nach oben, wir brauchen Bösartigkeit und wir müssen natürlich den Helden ein bisschen in den Arsch treten. Wir müssen gucken, dass wir auf jeden Fall mehr Bösartigkeit kriegen, dass wir hier, wir müssen jetzt hier die Krypta, also die Krypta an für sich erforschen, das geht und das unheimliche Labor, das geht ja auch schon, das ist sehr gut. Das heißt, wir brauchen Platz für die Krypta und für das unheimliche Labor. Die Krypta können wir mal hier hinpacken, da müssen wir hier weiter runter und dann brauchen wir noch Platz für das unheimliche Labor. Das packen wir doch mal hier neben dem Friedhof hin, dürfte von der Größe her reichen. Teleportomat 3000 erforscht, genau, das ist das, was wir haben wollten. Jetzt können unsere Schnodderlinge sich teleportieren. Das lassen wir die ruhig mal machen, ich hoffe, da kommen jetzt keine Feinde irgendwie aus dem Untergrund. Dann gehen wir mal in die Oberfläche und werden den Guten mal ein bisschen in den Hintern treten. So, ich bin mal gespannt, kann ich jetzt hier einfach lang gehen und komme zu Talia? Ich bezweifle, ist doch stark, oder? Ich wette, wir müssen hier diesen riesen Umweg gehen. Das wäre ein bisschen komisch, wenn es einfach so gehen würde. Ich habe auch zwischenzeitlich mal gespeichert. Aus einem aus Versehen angegrabenen Raumstrom zahlreiche Spinnen. Pfui, Spinne. Mist. Wir brauchen mehr Einheiten. Na toll, eine Einheit konnte ich jetzt machen. Tja. Wir sind jetzt natürlich hier an der Oberfläche. Da kommen wir gar nicht erst lang. Okay, gut, wir müssen den regulären Weg hier unten lang gehen. Kein Problem. Die Spinnen sind natürlich jetzt dezent nervig, aber sie greifen uns nicht an, von daher ist das okay. Dann geben wir uns mal lieber mehr Böseiligkeit im Laufe der Zeitung. Wie geht es denn hier? Ist es eine Sackgasse? Ne, doch nicht. Doch, kann es sah erst so aus. Aber hier geht es weiter. Hier haben wir wieder so einen Teich der Einhörner. Das wollen wir natürlich mal wieder ins Böse verwandeln. Die Armee des unbarmherzigen Bösen hatte eine kleine Insel des Guten ausgemacht und beschloss nun, dieser einen kurzen Besuch abzustatten. Genauso sieht es aus. Und wir werden sie natürlich plappen machen. Oh, hier ist ein Wächter dabei, der ist etwas stärker. Nein, 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 nicht mein Nagatoten. Nicht mein Nagatoten. Ey, 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 der will nur auf meinen Nagatoten gehen. Was ist los mit dem? Stimmt nicht mit dir. Puh, das war knapp. Da wäre ja fast unser Heiler tot gewesen. So, sieht das doch gut aus. Er klemmt da fest. Wunderbar, Level Up. Das ist sehr gut. Unsere Einheiten werden stärker. Wir haben mehr Bösartigkeit. Oh, da sind die nächsten Feinde. Oh, oh, oh. Komm mal direkt rauf da. Direkt mal auf die Heiler. Von denen. Und den Rest erledigen wir natürlich so. Kein Problem. Wir müssen uns dann ein bisschen selber regenerieren lassen nach diesem Kampf hier. Oh Gott, da kommen ja noch mehr. Oh, oh, oh. Er chillt mal hier ein bisschen. Nicht alle auf einmal. Oh, ja komm, die machen wir noch klappen. Wir müssen uns aber echt ausholen. Dann marschierte auf das Dorf zu. Sicher nicht, um dort günstig Fleisch und Wurstwaren einzukaufen. Nein. Du musst deinen bösen Kern hinterfragen und einsperren. Wende dich zum Licht. Keine Chance auf der bösen Seite haben sie Kekse. Äh, die Krypta. Die machen wir mal hier hin. Und dann brauchen wir noch das unheimliche Labor. Aber hier sind halt die Spinnen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Wir haben jetzt die Bösartigkeit. Wir holen uns noch ein paar Kreaturen dazu. Misty Arachnin hätte ich auch erforschen sollen. Mittlerweile mag ich sie dann doch. 150 Bösartigkeit haben wir jetzt gleich. Na komm schon, regeneriert schneller. Da haben wir sie auch schon. Gut, dann können wir sie auch mal direkt holen. Wir holen uns zwei Arachniden. Wir holen uns nochmal einen Ork. Ich will ganz gerne wieder fünf Orks haben, weil ich finde die immer noch im Kampf sind die mit die stärksten. Also wenn sie jetzt so Level 4, 5 sind. Dann hauen die ordentlich rein. So, dann werden wir diese hier mal beseitigen. Unsere anderen Kreaturen oben sind ja jetzt alle durchgeheizt. Das heißt, wir können hier mal eben die Feinde dort beseitigen. Ich muss da jetzt hoffentlich nicht nachgucken. Sollte eigentlich so laufen. Der Frieprimat. Okay, der Raum ist zu klein. Machen wir erstmal zwei. Die anderen können wir dann mit magischen Kisten machen. Und hier, das können wir dann erstmal wieder zubauen. Da unten ist ja auch irgendwas. Ich sehe es doch schon. Da ist ein Tor zur Oberfläche. Einerseits gut, einerseits gefällt mir das nicht so. Weil sie dann von der Seite auch angreifen können. Rüstungsbonus. Dann auf jeden Fall ein Ork, der im Nahkampf kämpft. Und wir ziehen mal hier weiter. Hier den Raum, da wusste ich ja noch nicht oder weiß ich noch nicht so wirklich, was ich damit anfangen soll. Und hier möchte ich ganz gerne, dass wir ein heimliches Labor relativ zügig haben. Wir brauchen dringend auch mal ein Portal. Das erforschen wir mal. Einfache Zauberei. Das wäre einfach an die Oberfläche gekommen. So. Dann erobern wir mal eben das Dorf hier. Oh, das sind ja doch ein paar. Verstärken wir unsere Einheiten mal. Eine Benji ist gefallen, aber die belebt sich ja selbst wieder. Nicht meine Nagas umhauen, bitte. Ah, ich muss sie mal ein bisschen in Sicherheit bringen hier. Die Nagas will ich ja direkt nochmal stärken, dass sie besser heilen. Ja, komm, das kriegen wir hin. Ah, es sieht gut aus. Das Röcheln von Talia verhieß nichts Gutes. Es war unabsehbar, wie lange sie noch aushalten würde. Aber sicher nicht zu lange. Oh, das ist ja noch ein Pfeil. Halbzeit, ja. Was haben wir hier? Diese Kreatur heilt sich über die Zeit. Wäre natürlich ganz gut. Machen wir das mal bei ihr, weil sie kann so nicht geheilt werden. Das erwarmungslose Böse hatte den Dorfbewohnern kurzerhand erklärt, genug jetzt. Es wird Zeit, dass ich meine persönliche Wache aussende, damit sie sich um diesen bösen Dreck im Untergrund kümmert. Los Männer, verzagt nicht und zerstört den Dungeon. So, hier können wir ja jetzt Kisten machen, also magische Kisten können wir da erstellen und magischen Kisten können wir die verbesserte Variante nehmen. Ich möchte ja ganz gerne drei Stück nachher da stehen haben, damit er schneller geht. Der Raum ist dann von der Größe her okay, obwohl wir nur 18 lagern können. Und der ist vielleicht dann doch sinnvoller, den noch ein bisschen. Warte mal, wir machen den, wie groß sind es? Drei Felder. Dann machen wir den so groß und dann können wir nämlich auch genug für die Kisten lagern, dann sieht er nicht so überfüllt aus. Dann machen wir das am Ende des Raums. Die wollen meine Bösartigkeit stehlen. Ja gut, versucht es doch. Ähm, das ist natürlich ein Elite-Trupp, das wird jetzt nicht so spaßig werden. Ähm, wir bräuchten auch mal stärkere Kreaturen. Holen wir die Vampire nochmal dazu. Wir brauchen doch sowieso die Vampire. Schreibe das Böse aus deinen Gedanken und lass die Göttin erneut in dein Herz, Tochter. Genau, sie können nämlich hier die magischen Fein erstellen. Ich habe die Komplettlösung gesehen. So, wir vergrüßen den Raum. Dann setzen wir jetzt das dritte normale Dingens hin. Später werden wir natürlich dann nur die magischen Geräte haben. Die Liche will ich auch haben. Ich brauche noch zwei weitere Kreaturen dazu. Ich erinnere mich daran, wie ich dich gefunden habe. Als wäre es gestern gewesen. Wir hatten gerade das Dorf deiner Sippe angegriffen. Und alle im Namen des Lichts niedergemetzelt. Da hört Grimli ein Wimmern. Er wollte dich gleich erschlagen. Aber ich sagte zu ihm, nein, dieses Kind kann gerettet werden. Und so nahm ich dich aus den kalten, toten Händen deiner Mutter an mich und habe dich fortan groß gezogen. Das waren noch Zeiten. Versuchst du es jetzt mit rührenden Geschichten. Oh, was? Wir haben keine Hühner mehr. Oh Gott, wir müssen die Guru-Guru-Farm. Ja, die ist ja immer noch nicht effektiv genug, weil hier immer noch die blöde Goldquelle ist, die noch 2500 Gold hat. Das geht dann eigentlich. Dann machen wir das hier größer und machen das dann... Nein, stopp, stopp. Stopp, nein, nein. Dann machen wir das hier noch größer. Dann machen die Guru-Guru-Farm so groß, das reicht dann auf jeden Fall. Und wir werden sie jetzt noch mal ein bisschen verbessern, dass da mehr gelagert werden können. 350, damit es schneller geht. Das heißt, wir brauchen noch mehr Bös-Einigkeit. Ich würde sagen, wir holen mal alle dazu. In der Oberwelt einen Dungeon-Eingang entdeckt. Offenbar gab es noch einen weiteren Zugang zum Dungeon. Dieser könnte sich als strategisch äußerst nützlich erweisen, wenn es darum ging, Nachschub an die Front zu bringen. Da haben wir den Durchgang, aber wir wollen natürlich wieder zurück. Ich wollte ihn jetzt nur frei machen. Hier machen wir dann... Hä? Ich habe gar nichts. Ich wollte das gar nicht so. So, dann machen wir hier mal eben... Ja, mal eben ist gut. Hier können wir nicht so viele Fallen hinstellen. Tja, platzmäßig geht da nicht so viel, aber da können wir noch was hin. 350, jetzt können wir das nämlich auch erforschen, dass die Gurus noch schneller vorankommen hier. Dass sie schneller erwachsen werden. Und die Farm können wir... Können wir sie noch was größer machen? Ja, nicht wirklich. Zahltag haben wir jetzt auch noch. Na wunderbar. Wir brauchen noch einmal Bösartigkeit und dann können wir erstmal im Untergrund bleiben. Die streiken jetzt, weil sie Hunger haben. 24 Minuten haben wir nur noch Zeit. Geht ja gar nicht unter Druck hier. Ja, toll. Ist jetzt natürlich doof, wenn die Heiler streiken. Das gefällt mir also überhaupt gar nicht. Ich gucke gerade, wer so als nächstes Blau gehen würde. Ich glaube, da soll man ein bisschen nachhelfen. Das sieht aber noch gut aus. Ich glaube, das wird keiner drauf gehen. Sehr gut. Jetzt wird aufzustreiken, ihr bösen, bösen, bösen Nagers hier. Der Platz hier wird auch ein bisschen eng. Das heißt, wir sollten auch mal hier die Kammer dann um zwei noch mal so vergrößern. Na gut. Arbeitet ihr jetzt endlich wieder mit oder seid ihr immer noch da am streiken? Verdammt. So, die letzte Bösartigkeit holen wir uns noch mal dazu. Da wird das doch alles ein bisschen schneller vorangehen. Das marodierende Böse hatte eine weitere Insel des Guten aufgestöbert. Die sollten wirklich besser versteckt sein, wenn man nicht will, dass sie geplündert, gebrannt schatzt und entweit werden. Naja, so sind sie halt diese gut Menschen. Tja, so sind sie. Und leider sind sie, oder gut, dass sie gleich auch tot sind. So, jetzt müssen wir uns aber echt mal hier ein bisschen um unsere Einheiten kümmern. Die sind ja alle hier am streiken. Lassen wir die mal runtergehen. So. Dann erholt euch mal ein bisschen. Hier ist die langanhaltende Goldquelle weg. Das gefällt mir sehr. Das bleibt unsere Schatzkammer. Die bleibt bestehen. 7.000 oder 8.000 können wir jetzt lagern. Das könnten wir ja auch mal vergrößern. Und Tempel brauchen wir noch nicht. Ich will ja auch ganz gerne mit dir so Kubis haben. Ich mag diese Einheiten einfach. Und wir verbessern nochmal die Guruguru-Farm. Ich denke, das macht Sinn. Jetzt gerade in unserer Situation. Müssen wir mal gucken, dass wir Pfeilen erstellen können. Hier wird erfolgreich erforscht. Das gefällt mir sehr. Den Hordenraum wollten wir größer machen. Machen wir auch mal eben. Ansonsten sieht soweit alles gut aus. Da wollten wir noch die Verbesserten hinmachen. Hatte ich den Raum jetzt vergrößert? Ich glaube nicht. Krypta. Ne. Hier fehlt ja noch die letzte Reihe. Sieht man nur so schlecht. Gefängnis war groß genug. Hier wird gewerkelt. Hoffe ich doch. Hallo. Eigentlich sollte hier mal gewerkelt werden. Die ruhen sich gerade aus. Hier brauchen wir noch mehr Untote. Wir wollten ja die Vampire und Liche noch machen. Stimmt. Da war ja was. Dann machen wir das auch mal. Wir holen dazu zwei Vampire und ein Lich. Sehr gut. Dann haben wir auch noch mal fleißige Arbeiter mit dazu. Hier ist schon eine Banshee dabei, was zu machen. Und hier ist die Goldquelle weg. Das gefällt mir jetzt sehr gut. Dann können wir diesen Raum jetzt endlich mal effektiv genug machen. So. Und dann machen wir daraus jetzt eine komplette Guru-Farm. Dann steigt die Effizienz dann auch nochmal enorm an. Momentan sind es nur 60%. Wenn wir da auch mal eine Türe hinmachen, wird es dann noch effizienter. Sollten wir, glaube ich, auch mal machen, machen wir da hin so eine normale Tür. Das reicht ja schon. Für die ganz normalen Räume können wir hier normale Türen hinmachen. Da müssen wir jetzt keine magischen Türen hinmachen. Die Goldquelle muss noch dringend weg. Hier und da machen wir dann auch nochmal die Räumlichkeiten hin. Beziehungsweise die Türen, dass die Räume komplett sind. Die Anzeigen sind ja immer so groß, dass man immer so schlecht sehen kann. Also ich finde, das verdeckt immer den halben Bildschirm. Stört immer so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. So, die sind natürlich alle noch sauer, weil sie keine Hühner haben. Aber das sollte sich gleich legen, das Problem. Weil wir da mächtig am Erforschen waren und diesen Raum jetzt natürlich ausgebessert haben. Das sollte jetzt hoffentlich dann besser laufen. Wir sollten dann zufriedener sein. Gucken wir mal GuruGuru fahren. Können wir dann nochmal verbessern, dass da mehr eingelagert werden können. Und ansonsten können wir die Schnudderlinge noch hier verbessern, dass sie auch weiter arbeiten, auch wenn Feinde da sind. So, und jetzt sollten wir dann noch zufriedener sein. Na, jetzt kommen sie von dort, das war ja irgendwie klar. Und dann machen wir mal ganz kurz dorthin. Und dann geht es los. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, 19 Minuten noch. Das wird alles ein bisschen knapp. Verzage nicht und weiche ab vom Bösen, mein Kind. Die Göttin wird dir vergeben. Die Göttin kann mich mal. Ich bleibe lieber beim Bösen. Gut, können wir jetzt hier endlich die Besseren machen. Achso, wir haben nicht genug Geld. Oh. Hier ist aber nur noch 5000. Das ist jetzt auch nicht so das Wahre. Dann werden wir den Gang mal länger laufen lassen. In diese Richtung. In diese Richtung dann auch. Der Linke. So, hier. Tja, da läuft es ja sowieso schon hier weiter. Können wir aber einfach mal da langen nochmal. Dann können wir ja nach und nach so ein bisschen Budden. Hauptsache wir finden vielleicht nochmal eine lange Anhalt, eine Goldquelle oder so. Das interessiert mich jetzt gerade nur mehr. Wenn es ja doch ein bisschen das Gold ausgeht. Massen-Goro-Goro-Haltung 3 erforscht. Ja, das ist sehr gut. Das wollen wir haben. Hier haben wir, ich glaube, was freigeschaufelt, aber hier ist ja nichts. Eigentlich irgendwie komisch. Das sieht mir irgendwie nicht so danach aus, wie das, was ich mir erhofft habe. Dann lassen wir sie hier mal buddeln. Und hauen dann hier eine normale Türe einfach nur hin. Sollte eigentlich nichts Blätes kommen. Tja, Fallen kriegen wir jetzt gut rein. Das Gold hat ja jetzt nur gefehlt. Wir verkaufen mal eben das hier. Und erstellen, wo war es denn? Dreifach, genau, das Dreifach-Gerät. Das erstellen wir mal hier. Gut. Ich würde sagen, das lassen wir dann erstmal laufen. Wir müssen uns beeilen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich werde das nur zwei Minuten vielleicht laufen lassen. Wir sehen uns dann weiter. Wir sehen uns dann weiter vor allem. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, in zwei Tagen, in einer neuen Folge von Dungeons 3. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und hoffentlich werden wir das hier noch schaffen. Und sag erstmal, bis dahin. Ich meine, gut, er war ein alt.